Ich habe halt inzwischen so viel Geld für meine Audio-Technik ausgegeben. Wenn dann halt mal was nicht funktioniert, wie man es will, dann kann das schon echt nerven. Einen floschen Gute wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TTT auf dem Einsatz.net-Server. Letzte Woche kam kein Video. Ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dem einen oder anderen auch vielleicht nicht. Gibt eine logische Erklärung. Ich habe auch gerade hier circa zwei Stunden gesessen, bevor ich überhaupt die Aufnahme starten konnte. Denn meine Technik hier regt mich echt manchmal auf. Ich habe circa ungefähr... Also es sind schon... Oh nein. Ach komm. Ja, schön. Oh. Hey, spannend. Ist aber nicht so cool, ne? Ich habe nämlich circa... Also es sind auf jeden Fall über 1000 Euro, die ich für meine Audio-Technik ausgegeben habe. Und da nervt es extrem, wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, danke für mein Teammate, der mir überhaupt nicht hilft. Wo hockt denn der... Jetzt kommt er vorbei. Ist das dein Ernst? Ach nein, so blöd kann man doch nicht sein. Warum kommt er denn erst jetzt an? Jetzt weiß es inzwischen jeder. Also... Danke für nichts. Ich habe halt inzwischen so viel Geld für meine Audio-Technik ausgegeben. Wenn dann halt mal was nicht funktioniert, wie man es will, dann kann das schon echt nerven. Ich habe hier mein Mikrofon mit einem Verstärker. Also mit einem Triton-Audio-Fat-Helfer. Ich kenne das manche. Der verstärkt halt das Signal, weil das Signal vom SM7B an sich ist sehr leise. Und dann halt verstärke ich das damit. Das geht dann in ein DBX-286S. Das geht dann nochmal in eine DI-E-Box. Okay, okay, okay. Ich weiß, wer hier ist. Ja, geil. Ich... Warum rennt er denn weg? Kannst du mir... Warum werde ich heute die ganze Zeit nur im Stich gelassen? Mir hilft keine Sau. Würde ich aber genauso machen. Deswegen spiele ich gerade alleine. Das DBX-Teil geht dann nochmal in eine DI-Box, wo das Rauschen nochmal unterdrückt werden soll. Dann geht das in mein Mischpult. Und vom Mischpult geht das Signal dann in den PC schließlich. Und ich habe jetzt immer das Problem gehabt, dass ich komplett übersteuere. Obwohl ich alles normal eingestellt habe. Und manches sogar auch extrem leise gestellt habe bei meinem Mischpult. Da habe ich ja einen Regler zum Hoch und Runterschieben. Der ist auf fast auf Null. Der ist nicht mal auf 10%, würde ich meinen. Und ja, ihr hört ja gerade, wie es anhört. Ganz normal. Und es sind nicht mal 10%. Und die Ender-Chess... Moment, hier war glaube ich auch noch eine. Die... Oder? War hier eine? Zwei gab's. Ja, hier ist die. Ach, Glück gehabt, okay. Und weil ich so übersteuert habe, hat man auch übelst das Rauschen gehört. Und das war einfach nicht schön. Und so wollte ich einfach nicht aufnehmen. Weil erstens ist das für euch dann nervig beim Zusehen und beim Schneiden. Oh. Ich habe 20 Kammer bekommen. Ich beschwere mich jetzt einfach nicht und gerne mal in die nächste Runde. Wir haben sogar noch gewonnen. Habe ich dafür nochmal 20 bekommen? Ne, dafür nicht. Ist ja eine richtige Enttäuschung. Was macht das für einen Sinn zu gewinnen, wenn man da nichts kriegt? Also so ein Wassereis hätte ich schon gerne. Um Gottes Wille, nein. Ich habe jetzt nach zwei Stunden rumfummeln hier an meiner Technik endlich eine Option gefunden, die ich wieder nochmal aufnehmen kann. Und es ist einfach schön. Ich habe hier sogar ein extra Programm runtergeladen, damit ich meinen Lüfter vom PC leise machen kann. Weil die werden manchmal so extrem laut, dass man das im Mikro hört. Und ich habe einiges getan. Also von den Einstellungen habe ich so zwei, drei Einstellungen an unterschiedlichen Geräten, dass man das nicht hört. Und man hört es immer noch. Also das ist schon ein bisschen... Naja. Aber jetzt funktioniert es zum Glück. Und ich höre jetzt auf mit Rumheulen. Obwohl ich den ganzen Tag nur rumheule, selbst wenn ich nicht über meine Technik labere. Oh nein. Ich vertraue dem nicht. Versteht er? Schwitzen ist legal. Hm. Only a boy. Yes, has. Und Mr. Tommy... Nee, Tommy, Tommy. Heute sehr aggressiv wieder. Aber warum beschlagt ihr den denn alle? Der hat überhaupt nichts getan. Und? So. Okay. Oh, hier ist ein Leiche. Wer ist denn gestorben? Weiß nicht. Ich kenne nur einen. Nee, zwei. Äquator. Wer ist denn Äquator? Äquator? Wo ist denn der Äquator? Hallo? Nee, der heißt ja Äquator. Ja, moin. Die haben wir... Ähm... Sagt mal, wer hat das geschrieben? Mr. Tommy, Tommy, boy? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich höre hier, dass wir hier eine Menge Spaß haben. Hätte auch gerne so eine Menge Spaß. Aber wo die den Spaß haben, das weiß ich nicht. Ah, hier ist der Detective schon mal. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Äh? Ach so. Ah, hier ist Mr. Tommy, Tommy und Äquator. Moment. Rainbow YouTube 1 müsste, glaube ich, sein. Oder? Ich weiß es nicht beim Born to Ride, ob er im Tester war. Aber ich habe einen Knopf. So viel kann ich sagen. Ja. Kommt, wir gehen nochmal alle zum Tester rein spazieren. Wo ist... Äh... Urlaub. Auf dem Malediven. Auf der Cobra-Cabana-Insel. Ja, ist... Ja, okay. Es ist Rainbow. Rainbow, Rainbow, Rainbow. Komm her, wo immer du bist. Ich bin alleine unterwegs und suche einen Traitor. Ist das eine gute Idee? Vermunkelt. Noch leben alle. Aber alle sind auch zusammen. Moin, Meister. Ha! Zack! Ja, wie er überhaupt nichts gemacht hat. Super. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung. Der Alderfall. Der 80 Grad Celsius hat mal machen meine Lüfter gerade. Ach nee, das ist jetzt die GPU. Das ist ja die Grafikkarte. Das steht jetzt bei mir oben links. Das seht ihr in der Aufnahme nicht, aber ich sehe das. Aber... Uiuiui, das wird ja ganz schön warm hier. Jetzt weiß ich auch, warum die Gamer hier alle keine Heizung brauchen. Genauso wenig weh ich. Allein mein Mischpult ist eine Heizung. Ich habe hier fünf Heizungen gefühlt herum. Eigentlich sind es 10, 20. Aber egal. Wer euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glock aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Gerne einen Kommentar für den Algorithmus schreiben. Macht ihr eh nicht hier vor und weg. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen View. Haut rein und ciao, Leute.